Sooo, alles klar. Ho! Nein! Das hab ich jetzt leider nicht auf Video. Was hast du gemacht? Das ist jetzt n Scherz. Der ist bei dem behinderten Scheissprung, ist der verreckt. Ja, allerdings. Achso, bei dem kleinen Ficker da. Lol, 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 lol. Wie viel bist du denn im Untergang, Peter? Hat da jemand nen Block kaputt gemacht? Na, ist mal vom Filter vorgedrängelt. Ne, jetzt warte ich aber ne Runde. Wieso springt ihr zweimal? Wies mal, darfst du nicht dahin. Ach, du stehst noch. Lol, da hab ich mal nen Doppelschuh gemacht. Boah, ist Harti ein Kameradenschwein, ey. Ich wollte, also ich wollte den Doppelschuhm um Peter zu killen, wollte ich nicht. Aber ich hab mir gedacht, wenn du schon einmal in der Ecke bist, dann kannst du auch mal zuschlagen. Vollste Concentration jetzt hier. Netta! Das war ein Gurusprung! Alter, wird war das denn schon wieder? Ich hasse dieses Spiel ohne Spaß. Alter, warte, 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 warte. Halt die Fresse, ey. Was sollte das denn jetzt bitte? Ja, das weiß ich auch nicht, Dennis. Alter, das ist doch zum Kotzen. Wuuu, ich bin der Frammen. Nein! Oh, jetzt kannst du mich nicht verschieben. Oh! Was soll die Scheiße? Oh, was soll die Scheiße? Oh, was soll die Scheiße? Erkackte Kacke hier, was soll das denn? Das ist doch Scheiße hier. Oh, Frambram hat der Abgang. Nein! Oh, das war's. Können wir aufhören? Hahaha! Wuuu! Hahaha! Troll-Modus aktiviert! Waaaah! Hahaha! 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 Oh Scheiße! Oh Scheiße! Voll der Trip hier gerade. Ich leide voll an Nährstoffmangel. Ich kann nichts dafür. Guck, wie sie mir davonziehen wollen, die kleinen Schwüchtelchen hier! Hahaha! Auf jeden Fall, ich feier mich jetzt total, weil du so mongemäßig drauf bist. Die kleinen Fickgesichter. Hahaha! Hahaha! Wie ich die ganze Zeit mit Shift jetzt am Laufen bin, ey! Oh, wie weit Hardy ist, ey! Der macht gerade voll den Ohren hier. Ja, oder? Der ist voll krass. Ich glaube, ich muss auch mal ein bisschen rumweinen. NEEEIN! Hahaha! Was ist los, Hardy? Also, Bram schreib dir schnell den Moment auf. Das ist so einer dieser Dinge, die könnten einen Best-Off. Ach, die Wand gehört da noch... Ich tatsächlich noch mit zu. Das hab ich einfach nur so gesagt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist ja krass. Und jetzt muss ich dahin auf jeden Fall! Boah! 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 Jaaaa! Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Oh mein Gott! Leg mir mal fette Eier. So, da hier Betten sind. Wer der Nächste ist, der macht's dem dritten schon wieder ein bisschen schwierig. Damn. Alter! Leil, Bram bist du für'n Assi, ey! Boah! Hahaha! Da will aber einer wissen, hab ich gehört! Und Bram bist auch... Boah, Bram, du das jetzt machst, dann bist du voll der König! Komm, ich feuere dich jetzt an! Bram, Mann! Du machst das! Das war hart Assi, ey! Das war hart Assi! Ey, Bram, das was jetzt noch kommt! Das ist easy peasy! Ohne Spaß! Du hast den schwersten Teil hinter dir! Das schaffst du jetzt auch noch! Das schaffst du jetzt auch noch! Das war... Das war hart Assi! Das muss jetzt mal sein! Ich mein, dann ist jetzt nur ein bisschen tricky, weil du die Kante jetzt über dir hast! Komm, dann machst du! Jawoll! Und noch einer! Jawoll! Und jetzt der hier! Komm schon! Komm schon, du machst das! Jawoll! Und jetzt kommt Dennis! Komm! Ja! 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 Hahaha! Ja, Peter! Drei Versuche, würde ich sagen, ne? Was gibt es denn? Boah, Junge! Boah, das war richtig Assi! Aber Dennis ohne Spaß! Du weißt, dass er sich dafür rächen wird! Ja, das ist mir geil! Das hat sich gelohnt! Das war so unvorhergesehen! Das... Das einfach geil war! War ein Fehler? Muss das noch machen! Boah! Boah! Was ein Arschloch, Junge! Boah! Wie lange wir dich hier getrollt haben! Jetzt hatte ich grad nochmal voll Bock drauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Weil ich hab nix gesehen wegen deinen behinderten Scheißdingern da, ey! Meine Fresse, Alter! Nein! Boah, Mann! Er überlebt die Scheiße doch, du verfickter Hurenkind-Minecraft-Puppen-Wichser! What the fuck! Nein! Das ist jetzt erstmal Frieden hier! Erstmal ist jetzt... Ist jetzt mehr Ruhe hier! Erstmal ist jetzt Ruhe! Ah, ich verstehe! Alles klar! Also brauche ich gar nicht die Challenge versuchen! Ich kann jetzt einfach hier hinstellen und warten! Ja! Aber weißt du, warum ich jetzt Bock hab? Hi Bram, was geht ab? Stierb! Trollen! Oh Bram ist ein Bätzchen im Arsch gewesen! LOL! Das ist ein Scherz! What the fuck! Ich hab das Bett von dem kaputt gemacht wieder aufgestellt! Ist das gefixt worden? Ich hab mich ne anderes Bett geliecke gelutscht! Achso! Oh! Bram muss das ständig übertreiben mit seinem Trollen hier! Hahaha! Bist du entspannen! Am Arsch! Oh! Nein! Oh! Lol! Scheiße! 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 Nein! Was hab ich getan? Ich hab ein Monster erschaffen! Kann das nicht wahr sein! Nein! 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 Hahaha! Ist das geil, Alter! Ist das awesome! Scheiße! Hahaha! Hahaha! Fuck! Hahaha! Hahaha! Das war nicht geplant! Oh mein Gott! Ich raste aus! Ah! Dachte ich mir! Alter! Aber ohne Spaß jetzt, ey! Was ist denn das? Ja, du bist durchhaltig! Kann ich nicht sagen! Aber sind die Versuche nicht mal langsam aufgebraucht? Ja! Lass mal wieder abhauen! Boah, Juni! Komm, Alter! Du bist so ein feiges Stück Scheiße, ey! Hahaha! Boah! Ist aber klar, dass im Zweifelsfall mein Diamantschwert länger hält als ein verficktes Eisenschwert, ne? Im Zweifelsfall, ja! Oh, ich glaub mein Trank ist raus! Nein! Jetzt gehst du drauf! Jetzt geh ich drauf, ja! Ja! Der war doch doch ein Reagenerationstrank, ist ja interessant! Ne, ich hatte nur einen Zweifelsdrank! Ach so! Ach man, jetzt stirbt doch! Oh Gott, geh drauf, Alter! Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey! So! Jetzt erst mal heilen! Hahaha! Ich hatte nämlich noch einen Heilungsdrank! Ja! Sehr schön, würde ich sagen! Ja, der App Flying is not enabled on the server, aha! Ja, ich glaub, Stream! Hammer geil! Trotzdem danke an den Ersteller, er hat uns viele Folgen beschert! Ja, oh ja! Auf jeden Fall! Also, Dankeschön muss man auf jeden Fall mal richten, weil es wird sicherlich eine Menge Arbeit gewesen sein, man wollen ja jetzt hier nicht alles kaputt machen! War alles scheiße! Aber, wie gesagt, kürzere Map und ein bisschen Fantasievoller, das wäre irgendwie noch so ein kleines E-Tipfelchen gewesen! Wäre es! Vielen Dank, haut rein! Ciao! 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 Ciao!